Was würdest du eher tun? Würdest du eher einen eigenen Koch für dich haben oder eine persönliche Putzkraft? Ich hätte beides nötig, aber diese Putzkraft, die brauche ich. Würdest du eher jemanden heiraten, den du nicht liebst, oder jemanden heiraten, der dich nicht liebt? Eher jemanden heiraten, der mich nicht liebt. Würdest du eher ein eigenes Gym haben oder ein eigenes Kino? Hat beides gute Vorteile, aber ein eigenes Kino wäre richtig krass. Würdest du eher einen eigenen Helikopter haben oder einen eigenen Privatjet? Ich sag's euch ehrlich, so ein Privatjet, der kann richtig krass sein.